Kronkonsignan Kronkonsignan Das ist eine der größten Ausbildung von Moi Ich brauche deine Kleidung, Schuhe und dein Motorrad Du hast da Zauberort vergessen, Bitch Da 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 ... Oh, und was zöle bist du ein kleines Baby? Ich bin ein Naturnynka Fuck wie süss, und dieses Arschloch. Sieht aus wie ein Zombie. Ich bin zu alt. Hey, Blue. Hey, bist du in dem Bakinganzug drin? Ich bin sexy Baking. Gefällt es dir? Ja, du schaust knusprig und köstlich aus. Ich habe das für dich angezogen. Nein, nein, ich mag es wirklich. Was auch immer. Wenn es dir nicht gefällt, sage es einfach. Ich brauche einen Drink. Auf dem Boden. Oh mein Gott, bist du der Terminator oder was? Ich bin ein kybernetischer Organismus und bin aus Metall erschaffen worden. Du bist unheimlich und sexy. Ich suche eine Terracona. Du kannst mich nennen, wie du willst, Big Boy. Hasta la vista, Baby. Hey, hey, bist du Captain John Luke Picard? Aus dem USS Enterprise. Möchtest du etwas trinken? Aber gerne. Und wer bist du? Die revolutionäre Feministin Susan B. Anthony? Oh mein Gott, das stimmt. Nein, Spaß. Ich bin eine Schlampe. Oh, guck doch, wie kurz mein Rock ist. Oh mein Gott. Wer hat dir erlaubt, meine Kekse zu essen? Was? Wer ist dein Vater und was macht es so? Wer bist du? Ich bin ein Bulle, du Idiot. Oh shit, im Ernst? Mein Name ist Detektiv John Kimble. Äh, ich muss weg. Jenny, versteck die Drogen. Weißt du, auf was ich stehe? Sex mit Jungfrauen. Ich bin keine Jungfrau. Du bist aus der Welt, mich zu entjungfern. Zu meiner Zeit haben wir Hexen gejagt. Halt die Klappe. Ich suche nach Sarah Connor. Sarah Connor. Wie wäre es, wenn wir beide nach hinten gehen und äh... Quizze Sie wurden eliminiert. Alter, wieso hast du sie aus dem Fenster rausgeworfen? Ihr Name war nicht Sarah Connors, sondern Sarah Connors. Ich komme wieder.